Ja, doofes Wochenende. Es geht schon ein bisschen unglücklich los für uns. Mein Freitag hat sich seit Witz mit meinem Training verletzt. Einer der Rechtsverteidiger spielen kann und über Nacht zum Spiel. Gestern ist dann auch noch Markus Schwabel krank geworden. Dementsprechend mussten wir ein bisschen umbauen in der Kette hinten. Janik Thiel hat dann rechts verteilt, wie sie gesehen haben. Trotzdem haben wir gesagt, wir müssen geduldig spielen. Das haben wir auch gemacht. Aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit war es recht ordentlich. Und gar ordentlich aus, als wenn wir hier das Spiel viel noch verlieren. Aber das sind die Dinge, die wir vor der Saison auch gewusst haben. Wir haben eine brutal jüngere Truppe. Jetzt haben richtig viele Jungen dabei. Ich glaube vier, die noch Eibens spielen können. Drei, die jetzt erst aus der Eibens kommen. Dann gibt es halt total gewusst. Wo die Jungs es nicht alleine hinbekommen. Da fehlt halt dann manchmal einfach die Erfahrung. Aber das haben wir nochmal. Das haben wir gewusst, es wird so Spiele geben. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Vorne vor allen Dingen, wenn wir die Möglichkeiten hatten, haben wenig aus den Situationen gemacht, die wir hatten. Wir haben hinten dann auch die Gegner ein Stück weit eingeladen. Aber ich bin weit davon entfernt, den Jungs da einen Vorwurf zu machen. Weil es normal einfach brutal schwer ist für uns alle, für die Jungs. Aber nochmal, das haben wir vorher gewusst. Wir gehen den Weg weiter. Ich denke, dass wir zum Teil auch hier gezeigt haben, dass wir Fußball spielen können. Es funktioniert manchmal nicht, weil wir heute dann auch die Präsenz in den Zweikampf nicht hatten. Und wie gesagt, auch viele kleine Entscheidungen getroffen haben, die in die verkehrte Richtung gehen wollen. Deswegen verlierst du das Spiel. Ob es jetzt 4-0, ob das gerecht ist oder nicht, ist dann letzten Endes auch egal. Aber wir werden mit Sicherheit da nicht zerbrechen, weil wir alle wissen, wie schwer die Aufgabe ist. Das heißt, statt jetzt, 16.13 Uhr, wir gehen jetzt wieder vorbei. Und dann schauen wir wieder nach vorne. Danke. Danke.